Deutschland gegen Brasilien. Werden Sie gucken und was glauben Sie, wie geht es aus? Ich werde gucken bei der Bread and Butter und was ich glaube, ist ja wurscht, aber ich fände es gut, wenn Deutschland überhaupt den Weltcup gewinnt, weil dran ist es. Ich finde auch, wir sind das beste Team. Ich finde auch, wir sind das tollste Team, weil Deutschland hat nicht so einen Superstar, sondern ich finde, die spielen unheimlich fair erst mal. Die spielen homogen, die spielen füreinander, die sind nicht egoistisch, da sind keiner mit Allüren und Superstar-Getue. Ich kann es mit dem Messi schon langsam nicht mehr hören, der drippelt sich immer zu Tode da. Und ich denke mir, naja, so toll finde ich es auch nicht. Also ich finde es wirklich ganz zauberhaft, die Deutschen spielen und ich würde mich freuen, wenn sie gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie es tun werden, aber da gehört ja auch Glück dazu. Und außerdem finde ich, dass Jogi Löw mal lächeln könnte und nicht immer mit so einer Flappe rumlaufen müsste. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Wie geht es denn aus morgen? Machen Sie mal einen Tipp. 3-1. Dann drücken wir mal die. Ja, und neuer finde ich einfach sowieso den Namen. Ja.